Ich habe heute Morgen, sag ich eigentlich ganz, der kleine Michel, wo der Madonna mit Werkzeuge zu früh bin, dass wir beide so umgekommen haben, dass wir Leben erfahren haben, die genau von einer Praxis-Erfahrung haben und nicht bequemiert haben. Das heißt, im Berufsleben tätig gewesen? Ja, überhaupt Praxis-Erfahrung. Jeder hat davon gesagt, habe ich mehr Praxis-Erfahrung als ich meine, die haben die Welt geordnet. Ich würde gerne erstmal besser verstehen, was du in der Praxis-Erfahrung verstehst und das nicht.